Herzlich willkommen in der Fachschule Schloss Stein. Schön, dass du heute dabei bist. Wir sind eine dreijährige Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in der Südoststeiermark in der Nähe von Fehring. Mein Name ist Ulrike Brutsch und ich bin die Direktorin dieser Schule. Neben mir stehen Selina und Sophia und sie werden dir heute die Schule zeigen. Wir bilden die Fachkräfte von morgen aus und unsere Schule steht für Innovation, Nachhaltigkeit und für ein nettes Miteinander. Wir sind eine Schule fürs Leben. Stimmt, wenn du rund umblickst, kannst du dir einen ersten Einblick von unserer vielfältigen Ausbildung verschaffen. Gut, lasst uns mit der Tour beginnen. Hallo Verena, erzähl mal, was machst du gerade? Heute üben wir das Parkettservice, das bei Feiern und Veranstaltungen zum Einsatz kommt. Hier haben wir einen festlichen Tisch vorbereitet. Okay, zeigt uns mal, wie ihr das macht. Musik Sieht sehr eindadend aus. Komm Sophia, lass uns weitergehen in die Lehrkünche. Hi Susi, was gibt es heute Gutes zu essen? Wir haben selbstgemachte Burger mit Küppiswetsches vorbereitet. Das Fleisch ist regional, das Gemüse kommt aus dem eigenen Schurgarten. Das Weckerl für den Burger haben wir selbst gebacken. Das hört sich ja köstlich an. Und da drüben sehe ich schon etwas Süßes. Auf was dürfen wir uns noch freuen? Nachdem die Äpfel im Schurgarten schon reif sind, haben wir uns überlegt, ein Apfelschichteser zuzubereiten. Beim Anrichten können wir kreativ sein und unsere Gedanken freien Lauf lassen. Nachdem ich das alles gehört habe, habe ich richtig Lust auf das Mittagessen. Und nun gehen wir weiter. Jetzt sind wir in unserem eigenen Schurgarten. Neben mir steht Jasmina. Jasmina, warum hast du dich für diese Schule entschieden? Also ich bin da, weil es bei uns nicht nur Theorieunterricht gibt, sondern auch Praxisunterricht. Und da kannst du zum Beispiel meinen Freundinnen gerade beim Krauternten zuschauen. Das wird dann bei uns in der eigenen Küche verarbeitet. Und das kriegen wir dann zum Mittagessen. Ich finde es so cool, dass wir jeden Tag frühstücken gehen können. Und der, was will, in der Nacht gehen kann. Bei uns kannst du die Zusatzausbildung im Bereich Kinderbetreuer und Heimhelfer machen. Und da ist auch unser Übungskindergarten. Und ich finde es super, dass wir nach der dreijährigen Ausbildung ein weiteres Jahr anhängen können und die Ausbildung zur Pflegeassistenz oder die Berufsreifeprüfung machen können. Und wenn auch dir die Ausbildungen gefallen, komm zu uns nach Schloss Stein. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020